Ich habe nicht mal Flickzeug dabei. Das ist eine Wahnsinns-Aussicht. Das kann ich meinen Instagram-Fans nicht vorenthalten. Oh nein, ich habe nicht mal eine Kamera dabei. Diesmal habe ich wirklich an alles gedacht. Oh Gott! 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 Herzlich willkommen zur neuen Folge von Gadgets Powered by PowerUnity. Wir freuen uns, dass ihr uns auch diesmal wieder in den Weiten des Internets gefunden habt. Heutzutage können E-Bikes weite Strecken fahren. Der Akku ist voll aufgeladen, das Wetter ist gut, es steht einer ausgedehnten Tour nichts, aber auch wirklich nichts im Wege. Doch wie transportiert man sein ganzes Equipment, ohne einen riesigen Rucksack dabei zu haben? Genau diesem Problem widmen wir uns heute und wir werden es lösen. Lasst euch überraschen! So, fertig. Ab jetzt wird mir nichts mehr fehlen. Und das habe ich alles komplett ohne einen riesigen Rucksack geschafft. Und ich bin mir sicher, das hält perfekt. Egal ob in der Stadt oder auf dem Trail. Alles wird einfach in den Gürtel eingehängt und ist somit immer griffbereit. Und wenn ich Lust auf eine Banane habe, dann nehme ich mir sie einfach. Wie konnte das wieder passieren? Ich war mir echt sicher, dass unsere neue Erfindung alles an Ort und Stelle hält. Aber es gibt eine Firma, Evoque. Die haben eine Hüfttasche entwickelt, die theoretisch all meine Probleme lösen sollte. Die Leute von Evoque haben sich mit demselben Thema beschäftigt wie wir und sind dabei auf eine innovative Lösung gekommen. Die Hippack Pro bietet die Möglichkeit, sämtliches Equipment für eine ausgedehnte Tour clever zu verstauen. Und zwar als Hüfttasche, sodass der Rücken perfekt belüftet bleibt. Die Hippack Pro bietet genügend Stauraum, um Handy, Verpflegung, Werkzeug und sogar zwei Trinkflaschen sicher unterzubringen. Also ich muss sagen, die Hüfttasche begeistert mich. Nicht nur, dass sie absolut stabil auf der Hüfte sitzt, egal wie holprig der Trail auch wird. Auch der Rücken bleibt frei, was super angenehm ist beim Sporttreiben. Ach und übrigens, meine Banane hat's auch überlebt. Ein durchaus schönes Gadget, aber völlig nutzlos, wenn euer E-Bike nicht mehr da ist. Deshalb Biketracks von PAUR Unity. PAUR Unity.